ja hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen spielvorstellung bei uns hier auf dem kanal sofort und gleich disney epic quest und ich liebe disney ich liebe disney ich liebe disney ich liebe disney und ja hier spielt man tatsächlich mit allen möglichen charakteren von disney und was ist denn das andere eigentlich hier noch mal mit ralf reicht so weiter helfen wir mal weiter ich kann es euch jetzt gerade nicht so sagen aber oh no who's that infected ragged ralf he's not from the digger kingdoms it's another luminary but he's been so he's been infected with by syntax in that case i just we request a parley or embrace an old pirate tradition and scurry away i vote we scurry so ok mit captain jack sparrow wie geil ralf reichs captain jack sparrow und was machst du mit mir bist du gekloppt ja 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 das gefühl dass ich jetzt schon gleich tot bin so weitermachen irgendwie habe ich mich selber getroffen kann das sein Was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt wirklich aufpassen hier. Äh, warte. Jetzt habe ich noch was noch getroffen. Heieieiei, das war aber wirklich hier in allerhöchster Not. Ich hätte ja auch noch wechseln können, ne? Ich hätte jetzt Mickey Mouse noch wechseln können, oder? Na gut, dann habe ich es halt mit dem Jake Sparrow alleine gemacht. I hope I didn't wreck things too badly. That remains to be seen. Who exactly are you, mate? Oh, I am wrecking Rolf, but you can call me Rolf. I'm a video game bad guy, but that's just my job. I'm not a bad guy. Nice to meet you, Rolf. I'm Mickey Mouse, that's Captain Jack Sparrow and this is... Gosh, I'm sorry, I don't know your name. I'm Nano, I'm an element of the motherboard. It's part of me and now it's a part of you as well. As long as you are a pixel, you'll always be able to hear me and the other luminaries will be able to hear you. Others? Wow, how many luminaries are here? I'm not too sure. Some are trapped. Others are infected or lost. My power can't free them, but it's limited. Also, zur kurzen Erklärung. Ich habe den Anfang nicht mit reingenommen. Da sieht man, gibt es halt den Bösen und der hat, also du bist in so einer Pixelwelt und der hat das mit einem Virus infiziert. Und ja, und wir sind halt jetzt in dieser Welt und in dieser Motherboard-Welt. Also in der digitalisierten Welt und müssen jetzt hier alles Mögliche da befreien. So, jetzt gehen wir mal das Team rein. Und jetzt holen wir den Wreck-It-Ralph mit rein. So. Add a luminary team. Select them and tap to use button. Use. Geil. So. Ah, hier kann man das auch immer dann upgraden. Okay, habe ich sonst nichts mehr. Alles klar. Level 1. Da gehen wir hier in den Shop mal rein. Und dann gibt es hier eine freie, eine kostenlose Premium-Box. Jaaa, das hätte ich gerne. Was ist da drin? Was ist denn das? Gogo Tam-Tomago. Okay. Gogo Tamago. Alles klar. Home. Story. Mission 1. Okay. X marks the spot. Alles klar. Okay. Okay. Ich würde sagen, dann fangen wir mal an hier mit der ersten Mission. Battle. Ah. Okay. 4. 4 Blitze hat man. Alles klar. Also kostet die. 1,5 Blitze hat man. So. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie man jetzt hier nochmal wechseln kann. Ah. So kann ich einfach wechseln. Alles klar. Aber das geht gar nicht so oft. Okay. Dann fange ich mal mit Wreck-It Ralph an. Wreck-It Ralph ist jetzt nicht der schnellste, aber schon ziemlich kräftig würde ich sagen. Kritischer Hit hier. Hier. Okay. Ah. Dann kommen die nächsten. Da brauche ich mich noch gar nicht so richtig anzustrengen. Alter. Wo läuft der denn hin? Also. Dann habe ich die nächsten kritisch mit. Ah. Der zerstört sie ja alle. Der zerstört sie alle hier. Der macht sie alle kaputt. Komm. Einfach immer drauf. Das ist typisch Ralph hier. Das könnte ich geben. Jetzt kommt ein großer oder was hier. Und was haben wir denn für Special Attacken hier? Bam. Bam. Ich würde mal sagen, den haben wir zerstört. Das ging schnell. Das war einfach. Victory. Das war wirklich einfach. Jetzt habe ich drei Sterne für bekommen. Ey. Der haut aber auch rein, der Ralph. Alter Vater. So. Rewards. Mal eins. Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit was anfangen kann. Kann ich damit irgendwas jetzt hier. Was ist denn das? Monthly Login Bonus. Okay. So. Kann ich jetzt irgendwas hier mit anfangen? Also wenn wir jetzt hier reingehen in Social. Kann ich damit was machen? Hier. Info. Da ist auch. Upgrade. Okay. So. Bei Jack Sparrow. Und sonst noch irgendwas, was ich upgraden kann. Kann ich bei dem noch was upgraden? Info. Eins von zwei. 20.000. So viel habe ich da nicht, oder? Rank Up. Geht das? Ne. Geht auch nicht. So. Bei dem hier. Was ist mit der hier? Okay. Das ist im Übrigen Maus. Das geht. Klar. Alles klar. Dann gehen wir jetzt zurück und dann machen wir die nächste Mission würde ich sagen. Kann ich Team Power 130? Kann ich. Beide Slot. 100 Gems. Habe ich nicht. Alles klar. Dann gehen wir auf Home und dann gehen wir auf Story. Dann gucken wir mal wie es jetzt hier weiter geht. Misch. Mission 2. Pirate Code. Okay. Machen wir mal den Kampf jetzt hier. Misch. 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 Luc. So, ich gehe gleich wieder zu Racket Ralph. Äääh... Okay. Da ist eine Truhe. Äähm. Ich fange jetzt einfach. Was hab ich jetzt gemacht. Es war vielleicht nicht ganz so clever. Ich fange jetzt einfach mal an, hier. Ich mache hier alles kaputt. Alles kaputt. Aber die Truhe auch gleich noch mit kaputt. Alter Vater haut da rein hier ne. Na komm her du Äffchen. Alter die schleudern aber auch ganz schön hier. Brauchst grad abzuhauen hier Kollege. Jetzt wird hier die Truhe noch kaputt gehauen. Sollte doch reichen oder? Sehr geil. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So was haben wir jetzt bekommen? Hier haben wir wieder was für die Maus bekommen. Dann gehen wir mal. Oh Player Level 2. Und da oben habe ich Rewards. Okay. Rewards Claim. Okay. Jetzt gehe ich noch aufs Team. Kann ich jetzt bei der... Ey die hat aber Level 3 ne. Die hat 3 Sterne ne. Das ist wahrscheinlich müsste ich die eher rein nehmen ins Deck oder? Die 3 Sterne hat. Oder? So jetzt gehe ich mal auf Info. Und dann gehen wir mal hier drauf. Digital Staff Upgrade. Ah. Kann ich nicht upgraden. Was damit? Current Level 3. Upgrade Materials. Kann ich auch upgraden ne. Upgrade. Aber. Sollte ich nicht Captain Jack Sparrow irgendwie upgraden? Und wie sieht es denn bei den anderen aus? Bei dem kann ich da auch noch hier upgraden oder? Upgrade. Vor allem bei dem müsste ich upgraden. Weil er ist ja hier so mein MVP hier aktuell. Ich müsste jetzt echt zusehen. Ich glaube ich werde jetzt anstelle von Jack Sparrow dieses Mädel da rein nehmen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ziemlich stark ist. Kann das sein? Use anstelle von... Ich nehme jetzt mal den Jack Sparrow raus und nehme jetzt mal dafür die rein. Jetzt habe ich Team Power 185. Okay. Jetzt gehe ich bei der nochmal auf Info. Und dann gucken wir mal, ob wir da auch noch irgendwas machen können. Irgendwas hier rocken können. Mit der ich... Upgrade. Upgrade. Nein! Oh mein Gott. Upgrade. Das geht. Und das hier geht auch. Ja. Und das da geht nicht. Doch, das geht auch. So. Jeder würde ich mal sagen. Dann gehen wir mal ins nächste Ding rein. In den nächsten Kampf. Home. Story. Und dann kämpfen wir mal dagegen. Gucken wir mal was hier passiert. So. Ich gehe wieder auf Wreck-It Ralph. Weil der Typ ist echt... Der hat es echt einfach nur drauf. Das ist ein absoluter Killer ist das. Ein Killer. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever von mir. Aber die zwei sollten jetzt fast weg sein. Oh, 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 oh. Diese komischen... Oh, ich muss jetzt hier mal wechseln. Ich muss jetzt mal wechseln. Jetzt kommen wir da rein. Oh mein Gott. Die ist aber... Wir haben ihn nicht... Alter, Vater hat jetzt zugehauen, ne? Das war gut. Immer schön auf Distanz bleiben, bitte. Immer schön auf Distanz bleiben, bitte. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich wechsel mal schnell jetzt hier. Oh. Alles klar. Wir haben es geschafft. Alle drei haben überlebt. Das lief ja doch nochmal ganz gut hier, muss ich sagen. Jetzt gehen wir wieder drauf, dann kann ich nochmal beim Ralph... Reicht's nochmal was machen, oder? Gehen wir aufs Team. Oh, in Level 3 bin ich jetzt auch. Gehen wir nochmal aufs Team, dann gehen wir bei ihm drauf, gucken wir bei der Info. Können wir was machen? Rank up. Ne, geht nicht, ne? Geht nicht was ist da? 50.000. Ne, so viel habe ich nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf... Habe ich hier noch was bekommen? Ah, da ist noch eine Daily Box, eine Free. Gucken wir uns auch noch an. Okay. Ich habe schon mal Mickey Mouse bekommen, den habe ich aber schon. gut, dann gehen wir wieder auf Home, gehen wieder zurück auf die Story und machen einfach die nächste. So, Chapter 1 machen wir heute mal fertig. Aber irgendwie, wenn ich mir da oben die Anzeige anschaue, ich habe nicht das Gefühl, dass das weniger wird. Also, scheinbar kann man doch relativ lange durchspielen. So, ich gehe jetzt wieder zu Wreck it Ralph. Diesmal muss ich ein bisschen kleinerer spielen, glaube ich. Ich kloppe einfach nur erstmal drauf. Erstmal nur drauf kloppen. Ich gehe jetzt auch noch den Fack voll. So. Die beiden sollten wir jetzt auch weg haben. So, damit ist der auch schon weg. Ja, Wreck it Ralph macht hier fast alles alleine jetzt. So wie das aussieht. Ah, da kommen nochmal zwei. Ja, das hat er ganz alleine gemacht. Wreck it Ralph. Wofür brauchst du ein Team? Du brauchst nur Wreck it Ralph. Das ist quasi der Hulk hier unter den, ja. So. So. Wollen wir gleich das nächste Battle, oder? Würde ich sagen. Gleich wieder auf Wreck it Ralph. So. Das finde ich jetzt aber nicht wirklich witzig. Alter Vater. Alter Vater. Alter Vater. So. Die sind schon mal weg. Okay. Jetzt warte ich erstmal bis alles wieder aufgeladen ist. Und dann gleich hier zahlen. Okay. Alles drauf. Gleich hier Platz machen. So. Warten bis wieder alles aufgeladen ist. immer so das beste was man machen kann. Okay. kommt. Komm. Komm. Hau die mal um hier. Hau die mal um. Alter Vater. Hau die mal um. Hau die mal um. So. Alles klar. Lassen wir die mal um. Lassen wir die wieder kommen. Das ist eigentlich so eine ganz gute Kombination. Warten bis bis das alles wieder da ist. Und dann gleich weitermachen. Die kommen jetzt gleich wieder da oben. So. Jetzt haben wir das wieder aufgefüllt. So. Na wo kommt der denn? Wo kommt der denn? Da oben. Okay. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und gleich kann ich. Alter. Jetzt kann ich auch die. Richtige. Full Power Attacke machen. Und jetzt kriegt der von mir. Die volle dröhnung. Und bam. Hey. Da lebt immer noch. Jetzt hab ich noch. Jetzt hab ich noch. Jawoll. Geil. So. Racket Ralph. I love him. I love this man. Racket Ralph ist cool. Auch wieder mit drei Sternen. Mega geil. Ja. Was haben wir jetzt bekommen? Wieder Racket Ralph. Und dann haben wir hier zehn. Zehn. Ähm. Steine bekommen. Ne. So. Showdown. Daily Missions. Rewards. Haben wir auch gekriegt. Welche Rewards habe ich bekommen? Newton Claim. Defeat. Thirty Enemies. So. Close. Noch ein Reward. Was war noch? So. Was gibt's denn hier noch alles? Showdown. Co-operate. PvP Arena. Daily Missions. Was gibt's denn hier? Oh. Recommended Power. 468. Hab ich noch nicht, ne? Experience. 468. Hab ich nicht. 468. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Was ist denn das? Was ist denn das? Komm ich probier mal so ne. Ich probier mal so ne Daily Mission da aus. Komm wir probieren es einfach mal. Difficulty Critetaker. Experience. God Skills. Komm wir probieren es einfach mal aus. Ich hab zwei Versuche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Prima's. Mehr als dass es nicht funktioniert, kann ja nicht passieren. Bin mal gespannt. 468. So. Ich geh gleich wieder auf Wreck-It-Ralph. Einen hab ich zumindest schon mal da. Holy shit. Mein Ralf ist gleich. Ist gleich am Ende. Ja da merkt man dann doch schon, dass das nicht so gut funktioniert hier alles. Aber die ist auch gleich am Ende. Ich geh jetzt zurück. Ich geh jetzt zurück. Nein Ralf ist tot. Nein Ralf ist tot. Ja da merkt man. Okay. Also das bedeutet. 468. Level 468. Okay. Dann merken wir schon. Das ist ein bisschen zu viel für mich. Im Moment. Könnte sein, dass ich da noch zu schwach für bin. Also schauen wir mal jetzt ins Team rein. Und dann gucken wir mal, wie wir die jetzt aufleveln können. Hier haben wir rank up. Oder? 85.000. Hab ich nicht. 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 Ist hier irgendwas dabei? Rank up. 20.000. Schau nicht. Hier muss ich was machen. Muss upgraden. Was sind das da hinten nochmal? 50.000. Ja. Würde ich mal sagen. Ich glaube ich habe die erste Mission abgeschlossen. Hier. Story. So. Dann werden wir das nächste Mal bei Mission 6. Raise the Colors. Ich würde sagen. Das machen wir morgen. Ne? Ich bin ja jetzt wieder einigermaßen fit. Eigentlich wollte ich ja heute mal wieder Looney Tunes. Und wollte mal wieder Magic the Gathering spielen. Definitiv. Aber jetzt habe ich gesehen, dass das Spiel hier rausgekommen ist. Das musste ich natürlich jetzt als allererstes mal ausprobieren. Das Ganze. Weißt du. Und. Also. Ja. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Damit ich weiß. Ah. Okay. Das findet ihr cool. Das ist in Ordnung. Ja. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt. Äh. Disney Epic Quest. Mit mir. Dem Herrn Weih. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und. Tschüss. Mega cool. Mega 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 cool. Ja. Ja.